Ich habe eine neue Leidenschaft und diese Leidenschaft möchte ich mit dir teilen, nämlich der Bricks Builder. Deswegen möchte ich dir heute in einem kurzen Crashkurs zeigen, was der Bricks Builder kann, wo denn die Vorteile daran sind und ich werde dir auch so ein paar Side-Notes, sag ich mal, geben, die ich so in den letzten Tagen und Wochen, beziehungsweise auch im letzten Jahr herausgefunden habe, die ich so genial an Bricks Builder finde. Deswegen schauen wir uns das direkt in der Praxis an und ich zeige dir auch Step-by-Step, warum der Bricks Builder so einzigartig ist. Den Bricks Builder gibt es schon seit 2020, beziehungsweise hat er damit begonnen. Ich habe die letzten Jahre eher mich ruhig um dieses Thema verhalten, denn ich habe nicht gewusst, in welche Richtung das Ganze geht. Aber mittlerweile ist es so eine große Leidenschaft geworden, dass ich das einfach mit euch hier auf dem Kanal teilen möchte und möchte euch heute auch so ein bisschen zeigen, wie das Ganze funktioniert. Damit du jetzt hier in dem Crashkurs mitmachen kannst, kannst du hier einfach auf Try-Bricks Builder gehen oder auf Try-Bricks. Hier kannst du deine E-Mail hinterlassen und dann bekommst du ein Testumfeld sozusagen, wo du Bricks, solange du möchtest, kostenlos testen kannst. Und das ist das, was ich jetzt heute mit dir auch mache. So musst du irgendwie nicht vielleicht irgendwas bei dir installieren etc. Und ich werde dir dann auch erklären, welche Steps denn wichtig sind, damit man die nicht vergisst. Ich bin jetzt nun schon im Dashboard, wo ich Bricks installiert habe. Und zuallererst werden wir uns diesen Spielplatz sozusagen anschauen und wir werden uns kurz anschauen, wie das Ganze denn funktioniert. Damit keine Verwechslung besteht oder vielleicht entsteht, möchte ich kurz dazu erwähnen, dass Bricks Builder an sich ein Theme ist. Das heißt, man installiert das als Theme und hat aber kein zusätzliches Plugin. Das ist nicht klassisch vielleicht wie bei anderen Page Buildern, die man kennt, dass man in einem Plugin dazu installieren muss oder etwas anderes, sondern hier ist es wirklich so, dass das ein Theme ist. Den Theme installiert man und dann hat man hier oben auch schon die Möglichkeiten, Bricks zu starten bzw. sich das anzuschauen. Wenn wir hier jetzt auf Getting Started gehen bzw. uns die Sachen anschauen, möchte ich dir zuerst zeigen, welche Einstellungsmöglichkeiten wir haben. Denn es gibt ja natürlich, so wie bei jedem Bilder, immer Einstellungsmöglichkeiten, was denn von Haus aus sozusagen wichtig ist bzw. was man damit überhaupt tun möchte. Ich werde das kurz überschlagen und wie gesagt, weil das heute ein Crashkurs ist, damit du aber dann trotzdem weißt, wo du das vielleicht im Nachgang findest. Das heißt, man kann grundsätzlich alles, und das ist das Schöne beim Bricks Builder, kann man alles irgendwie ausschalten bzw. individualisieren, so wie man es selber braucht. Das ist auch so irgendwie der Grundkern von Bricks, weil man aus einer Development-Ecke kommt eher und auch der Erfinder von dem Ganzen, das sehr dahinter ist und das sehr Community getrimmt ist. Und das sind auch diese positiven Vorteile daran. Das heißt, wichtig ist, wenn du Custom Post Types hast oder irgendetwas anderes und dort mit Bricks arbeiten möchtest, musst du die hier alle hier oben aktivieren. Das heißt, für Posts, Pages und so weiter, damit wir dort auch mit Bricks arbeiten können. Wenn wir jetzt runterscrollen, können wir auch noch SVG Uploads aktivieren. Die sind jetzt hier deaktiviert, das ist aber nur aufgrund dessen, weil das ein Spielplatz ist. Wenn du das irgendwo anders in der Stelle hast, kannst du das natürlich aktivieren. Danach kann man noch alles disablen bzw. auch Smooth Scrolling disablen oder aktivieren bzw. auch andere Themen noch aktivieren. Cure Filters, das heißt, wir können ja auch Loop-Anfragen machen und auch sozusagen Posts oder Beiträge filtern lassen. Wir können Custom Breakpoints hinzufügen, sollten wir nicht nur die klassischen Desktop und Tablet und Mobil haben wollen, sondern auch andere. Und wir können auch hier nochmal zu den alten Sektionen und Blog-Elementen zurück, die ich jetzt nicht aktivieren werde, sondern ich werde dir das jetzt auf den aktuellen Stand zeigen. Und es gibt auch Custom Authentication Pages, das heißt, ich kann hier sozusagen extra Seiten erstellen, auch für den Login und auch für andere Themen. Das heißt, Login, Passwortregistrierung, Passwort vergessen etc. Das kann ich hier alles installieren, das heißt, ich mache dafür eigentlich ein Template, was wir uns nachher auch nochmal anschauen, wie die Template-Verwaltung funktioniert und kann das dann hier hinterlegen. Dann gehen wir nochmal rauf in den nächsten Tab, Builder Access. Hier könnte man rein theoretisch den Builder Access für Editoren oder auch andere keinen ausschalten. Das heißt, ich könnte für einen Editor zum Beispiel sagen, nein, du hast keinen Zugang oder auch nur den Content. Das ist auch super, wenn du das für Kunden vielleicht machst, dass man das eben vielleicht nicht macht bzw. deaktiviert. Und man kann auch die Code-Execution, das schauen wir uns nachher dann nochmal an vielleicht kurz, kann man eben auch hier disablen. Als nächstes haben wir hier auch nochmal den Unterpunkt Templates. Bei Templates können wir eben Templates auch reingeben bzw. aktivieren. Wir haben von Haus aus Templates von Bricks, das sind aber nicht viele, aber es gibt viele andere Anbieter, die solche Remote-Templates anbieten. Das heißt, hier würde man den Namen eingeben von diesem Anbieter, die URL und auch das Passwort und dann hätte man dort die Möglichkeit, dort zuzugreifen, direkt in der Bearbeitung mit Bricks. Als nächsten Punkt haben wir noch den Bilder, da können wir einfach nur sagen, ob das ein Dark Mode ist, welche Sprachen das Ganze in sich trägt bzw. was daran wichtig ist. Da können wir uns das alles so einstellen, wie wir das wollen, das ist gar nicht so wichtig. Da geht es eher darum, dass wir uns das dann anschauen, wie das im Normalfall ausschaut, dass du mal weißt, wie das dann nachträglich ist, wenn du das ändern möchtest. Und auch die Performance, wir können einiges disablen, wir können auch die Google Fonts disablen, von Haus aus verwenden die Google Fonts, aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, hier Custom Fonts zu hinterlegen. Das heißt, hier können wir das jederzeit machen und einfach die Google Fonts zu disablen. Wir haben natürlich auch den Maintenance-Modus, das heißt, wir können hier jederzeit einen Maintenance-Modus einschalten oder auch einen eigenen aktivieren. Das heißt, wir können ein Template hier als Single definieren und das dann auch hier hinterlegen. Das ist ziemlich cool. Bei den API-Keys geht es nur darum, dass wir die Verbindung herstellen zu verschiedenen Möglichkeiten, zum Beispiel H-Capture, das verwende ich oftmals, dass ich hier einfach den Key dann eingebe und bei meinen Formularen sozusagen ein Capture drinnen habe. Das geht natürlich auch für Google Recapture, Google Maps und Unsplash bzw. auch die AdOps-Fonts. Und hier unten hat man noch Cloudflare, Mailchimp, SendGrid, das heißt, man kann hier zum Beispiel mit Mailchimp auch direkt ein Formular bauen, was dann das Ganze in dein Mailchimp-Konto schiebt, wenn sich da jemand anmeldet. Zuletzt haben wir dann noch Custom-Codes, das wir so kennen, in Header-Foot-Descript bzw. Custom-CSS, was alles betrifft, muss man zwar nicht machen, kann man machen, schauen wir uns aber gleich dann nochmal auch beim Bilder an, wie das denn vielleicht spannender ist. So, zuallererst werden wir jetzt mal in die Pages gehen. Ich habe hier Bricks-Bilder jetzt mal schnell erstellt, die Page und jetzt gehen wir auf Edit with Bricks. Hier befinden wir uns jetzt schon sozusagen in dem Bricks-Bilder bzw. im Canvas und das werden wir jetzt noch ein bisschen durchgehen. Das heißt, wir sehen linkerhand hier alle Elemente, wie zum Beispiel ein Container oder auch andere, die man hier verwenden kann. Die sind unterteilt in Layout, Basic, General und auch noch Media bzw. WordPress, Single und Custom. Das heißt, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die wir hier noch Custom erstellen wollen bzw. drinnen haben. In der Mitte haben wir sozusagen unser Feld, mit dem wir dann arbeiten werden, wo wir auch klassisch wie von anderen Page-Bildern auch schon wissen, wo wir eine Section hinzufügen können oder wir können auch ein Layout hinzufügen, was wir wollen. Wir können auf die Templates zugreifen, wo es jetzt hier nur die Community-Templates gibt, das heißt, die, die von Bricks auch sozusagen gegeben werden oder vorgegeben werden. Und wir haben dann auch hier nochmal die Möglichkeit, uns dann anzuschauen, wie das Layout denn funktioniert. Das werden wir dann in einem weiteren Step auch hier nochmal tun. Und dann, wenn wir, ich mache das jetzt mal schnell vorab, ich gebe jetzt zum Beispiel eine Sections hinzu und jetzt haben wir hier in der Struktur rechts, die wir auch direkt darüber mit der Structure hier ein- und ausschalten können, haben wir die Möglichkeit, hier die Sections anzuschauen, in der jetzt in dem Fall ein Container drinnen ist. Und die kann ich dann auch hier wieder, wenn ich da draufklicke und dann darüber, Remove gehe, auch alle wieder entfernen. Das heißt, wir haben hier rechts diese Möglichkeit, uns die Struktur genau anzuschauen. Das gibt es, wie gesagt, bei anderen Page-Bildern auch. Und links haben wir immer die Einstellungsmöglichkeiten der Dinge, beziehungsweise auch die Elemente. Gehen wir aber zuerst auch nochmal den Bilder an sich durch. Das heißt, was habe ich hier oben für Möglichkeiten? Ich habe hier die Hilfestellung und auch noch eine Sache, die aus meiner Sicht am spannendsten ist und das ist Pages. Hier kann ich nämlich sozusagen von Page zu Page gehen und könnte hier nach einer anderen Page suchen. Ich habe jetzt hier natürlich keine, leider. Das heißt, ich habe diese Bricks-Builder-Page, aber ich habe zum Beispiel in den Posts oder in den Posts habe ich einen Beitrag 3 und 2 und könnte hier direkt in diesen Beitrag hineinhüpfen und dort bearbeiten und wieder zurückhüpfen. Das ist auch das Geniale an Bricks-Builder, denn ich kann sozusagen relativ aktiv und schnell in dem System arbeiten und sozusagen von Posts oder auch Seiten von A nach B hüpfen. Und das ist schon mal die erste Möglichkeit, die es ganz cool macht. Als zweites haben wir hier da oben die Revisionen und die History. Das heißt, wir haben hier auch die Möglichkeit einfach zu schauen, okay, was habe ich da zum Beispiel gelöscht oder auch nicht. Das heißt, ich könnte jetzt hier wieder auf Start gehen, habe hier zum Beispiel eine Sektion drinnen gehabt, die ich dann gelöscht habe und lösche das jetzt wieder raus, damit bin ich dann dort wieder auf dem anderen Punkt oder Anfangspunkt meiner Bearbeitung. In den Revisionen, das ist ja eine klassische Idee von WordPress-Ansicht. Das heißt, er speichert nochmal später zurück diese Revisionen, die kann ich hier auch löschen, aber ich könnte hier auch nochmal sozusagen zurückhüpfen. Denn die History an sich ist immer für diese Session, die du sozusagen oder die Sitzung, die du jetzt derzeit hast. Das heißt, während wir jetzt hier bearbeiten, können wir hier herumhüpfen. Wenn du Revisionen oder auf Tage zurück sozusagen etwas zurückhüpfen möchtest, dann wären das die Revisionen. Dann haben wir noch hier oben die Einstellungen. Hier haben wir einerseits Theme-Styles, da werden wir gleich darauf eingehen, weil die sind ganz wichtig, und auch die Page-Settings. Das heißt, ich habe von dieser Unterseite, wie wir es auch aus dem Gutenberg oder dem Classic-Editor kennen, diese Einstellungsmerkmale hier. In General haben wir generell auch Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel, wir können den Header hier oder auch den Footer deaktivieren. Wir können das Layout bestimmen, wir können auch den Background bestimmen. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte hier einen anderen Background haben, könnte ich von dieser Unterseite auch den Background ändern. Das heißt, es gibt hier wirklich viele, viele Einstellungsmöglichkeiten und individuelle Einstellungsmöglichkeiten, die das Ganze leicht machen. Wir haben einen Scrollsnap One-Page-Navigation-SEO. Das heißt, wir können hier direkt auch der SEO-Einstellungen treffen. Fast wichtig ist zum Beispiel, dass wir den Permalink ändern können. Das heißt, wenn wir nicht slash Bricks-Bilder haben wollen, sondern slash, ich weiß es nicht, Bilder, könnten wir das hier einstellen und könnten das auch wieder rauslöschen. Und ich kann dann hier den neuen Titel oder auch den neuen Permalink setzen, wenn ich den ändern möchte. Dann schaue ich mir noch an, was der Dokumenttitel, das ist sozusagen der Meta-Title und die Meta-Description. Meta-Keywords gibt es auch noch, lustigerweise hier. Und auch dann die Meta-Robots. Das heißt, ich könnte hier direkt auf No-Index stellen. Normalerweise hast du ja dann Rank-Math oder irgendetwas anderes dazu als Plugin, das dir dann nochmal hilft. Hier in dem Fall ist es so, dass du das auch direkt hier machen könntest. Auf Social Media ist es einfach nur so, dass wenn man zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Co. etwas teilt oder seine UL teilt, dass natürlich irgendwelche Daten mitgegeben werden müssen, dass das System weiß, okay, was möchtest du überhaupt teilen. Hier kann ich dann den Titel, die Description und auch das Image für Social Media Sharing hinterlegen. Das kennt man klassisch, wenn man schon ein bisschen SEO betrieben hat, möchte ich hier auch nochmal sagen. Plus wir haben hier auch nochmal Custom Code. Das sind auch schon die Einstellungsmerkmale hier auf der linken Seite. Und jetzt kommt das große und spannende, nämlich der globale Manager von CSS-Klassen. Auf die CSS-Klassen und das Management gehe ich nachher nochmal genauer ein. Aber das ist eine große Sache, die mir zum Beispiel bei anderen wie Elemento oder Co. gefehlt haben. Deswegen ist das auch ziemlich mächtig, weil man dann auch mit Frameworks und anderen Themen und Bricks Builder in Kombination ziemlich viel erreichen kann. Schauen wir uns aber dann nochmal genauer an. Auf dem Plus bei den Elementen kommen wir eben nur mal zu den Elementen. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, nochmal das Canvas hier zu reloaden. Das heißt, wenn irgendein Problem ist, kann ich das reloaden. Dann habe ich hier klassisch die Breakpoint-Einstellungen. Das heißt Tablet, Mobil, Landscape und Portrait. Könnt ihr hier aber immer noch weitere Breakpoints auch hinzufügen, wenn ich das in meinem Dashboard aktiviert habe. Ich sehe dann auch immer, wie weit dieser Abstand von links nach rechts ist. Das heißt nur, dass ich mir sicher bin, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das Ganze jetzt hier zum Beispiel etwas kleiner mache, weil ich das für euch auf 150% im Browser gestellt habe, sieht man jetzt auch hier, dass ich nur mehr 1448 habe und nicht wie vorher 1100. Ich habe das jetzt wieder zurückgestellt auf 150%. Deswegen habe ich nur eben 1107 zur Verfügung und auch nicht mehr. Wenn wir jetzt hier rechts weiterschauen, haben wir ein Undo. Das heißt, wenn ich irgendwas gelöscht habe oder auch ein Redo. Klassisch kann ich das auch natürlich mit Command-Z machen. Dann haben wir hier noch die Struktur, die wir ein- und ausschalten können. Und hier haben wir nochmal die Templates, die wir hier auch nochmal hervorrufen können. Das heißt, hier kann ich jetzt zum Beispiel ein Template einfach einfügen, indem ich zum Beispiel mir aussuche, was da vielleicht cool ist. Ich sage Reality Home, sage hier Insert. Der fragt mich dann hier, ob ich den Theme-Style installieren möchte. Da sage ich jetzt mal Nein und ob ich auch die Color-Palette installieren möchte, also die Farben, sage ich in diesem Fall jetzt auch mal Nein. Aber hier könnte ich das dann direkt drinnen machen. Und der würde mir dann hier diese ganze Unterseite, hat er mir jetzt hier hinzugefügt. Wo wir mir dann nachher auch ein bisschen arbeiten können, damit du das Prinzip dahinter verstehst. Als nächstes können wir dann hier nochmal zu WordPress direkt hüpfen. Und ganz rechter Hand, ganz wichtig, speichern. Das heißt, hier kann ich die Unterseite speichern. Und hier kann ich mir auch den Preview-Mode anschauen. Der Preview-Mode ist so, dass er direkt in dem Canvas bleibt. Und auch eigentlich ziemlich getreu ist dem, was man sieht. Wenn man das Ganze aber in einem neuen Tab oder in einem neuen Fenster öffnen kann, kann man hier auch nochmal im Frontend das nochmal aktivieren. Oder auch nur mehr das Back to the Builder einschalten und auf das Auge klicken. Und den Preview-Modus sozusagen wieder deaktivieren. Damit kann man hier sozusagen relativ schnell anschauen, passt das. Dann gehe ich wieder zurück und bin wieder im Builder. Aber ich kann natürlich auch so wie klassisch in einem neuen Tab das öffnen oder in einem Preview-Modus öffnen, der in einem neuen Tab ist. Wie gesagt, die Grundidee von Bricks Builder ist auch, dass man eben in diesem Canvas bleibt und relativ flott hier alles zusammenbaut. Beziehungsweise auch den Überblick darüber hat. Kommen wir aber zu den wichtigen Sachen jetzt. Dazu gehen wir in die Settings, in die Theme-Styles. Und hier musst du zuerst eins kreieren. Das heißt, ich sage jetzt hier zum Beispiel YouTube Crashkurs und sage, ich kreiere das. Denn was ich in diesem Theme-Style machen muss, ist einerseits die ganzen Einstellungen treffen. Das heißt, ich kann hier den Klassiker zum Beispiel als Content, kann ich sagen, okay, wie viel Platz ist denn beim Content zwischen Header und Footer. Ich kann sagen, was für Farben ist denn die Primärfarbe in diesem Theme, Sekundärfarbe, Light, Dark und so weiter. Das heißt, ich kann hier schon Farben hinterlegen und sage zum Beispiel, das ist meine Hauptfarbe und man sieht auch gleich, die Buttons hier ändern sich dann auch. Wenn ich nämlich jetzt hier umschalten würde auf zum Beispiel das Live-Theme, was ich installiert habe, ändert sich auch der Stil hier. Also das heißt, ganz wichtig, es kommt immer stark darauf an, welches Theme du hier installiert hast und dadurch ergeben sich auch diese ganzen Einstellungen hier unten. Ich werde jetzt mal kurz dieses YouTube Crashkurs nochmal rausholen, denn hier würde ich ein paar Einstellungen treffen. Das heißt, einerseits in der Typografie, was ist die Font-Size-Base-Font, das heißt, welche möchtest du da nehmen. Da kannst du entweder bei HTML vor 62,5% bleiben oder 100%. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, ich werde jetzt nicht großartig viel dazu sagen. Wichtiger ist, dass du eigentlich die Font-Family hier auswählst, das heißt, welche Schriftart willst du hier haben. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel Inter und lasse die da hier mal so stehen und auch für die Headings habe ich jetzt auch Inter ausgewählt und kann das hier alles einstellen. Dadurch habe ich dann auch hier dieses YouTube Crashkurs sozusagen, dieses Theme oder diese Verwaltung hier aktiv. Wichtig ist, dass du in den Conditions hier auch nochmal sagst, bitte apply mir das Ganze auf der ganzen Webseite oder du hast eben Einzelthemes. Du musst dir das so vorstellen, wenn du im Frühling irgendwie eine Frühlingskampagne haben willst, wo die Farben und alles ganz anders ist, dann könntest du hier zum Beispiel nur für diese Unterseite ein eigenes Frühlingsteam erstellen, das du auch immer wieder nutzen kannst. Würde ich grundsätzlich nicht machen zum Beispiel, aber das Coole ist, man könnte das sehr genau auf irgendetwas zutrimmen, beziehungsweise auf eine Unterseite als Kondition auch legen. Wir sagen jetzt hier auf die gesamte Webseite, damit das auch wirklich überall verstanden wird, wir arbeiten hier mit diesen Farben, wir arbeiten mit dieser Typografie und was auch als nächstes oder als letztes wichtig ist, dass wir als Element der Container, dass wir hier Einstellungen treffen können und hier würde ich dann zum Beispiel 1366 als Container nehmen. Das ist dann deine Containerbreite, denn wenn wir dann hier oben, kann ich dir mal zeigen, ich lösche das jetzt hier alles mal raus, wenn wir dann hier in die Struktur reingehen und eine Sektion reingeben, haben wir hier als Container, das sieht man jetzt vielleicht schlecht, ich werde dir mal einen Hintergrund geben, haben wir als Container immer diese Breite von dem, was wir eingestellt haben. Ja, dazu müssen wir das in den Preview-Modus sehen, jetzt sehen wir hier dieses grüne, den grünen Container, das sind im Endeffekt jetzt 1366 Pixel. Wie gesagt, ich habe das auf 150% gestellt, wenn ich das kleiner gehe, sieht man das hier und die Sektion ist an sich immer, das können wir uns auch gleich anschauen, weil das werden wir eher als nächsten Punkt machen, ist immer um den Container sozusagen herum und geht von komplett links nach komplett rechts. Ja, wenn ich das auch in den Preview-Modus nehme, sehe ich auch hier, das geht komplett von links nach rechts und ich habe den Container in der Mitte mit grün hier auch drinnen. Als nächstes kannst du auch nochmal die Farben anpassen, was ich sehr spannend finde, denn wir haben jetzt vorher ja gesagt, wir haben in den Einstellungen und in den Theme-Styles haben wir ja Einstellungen getroffen und diese Einstellungen sind ja auch Primärfarben. Ja, jetzt hast du aber gesehen, dass ich hier unten die Möglichkeit habe, eine Color-Palette zu erstellen. Ja, das heißt, du kannst hier auch eine Color-Palette erstellen und diese zum Beispiel auch hier wieder YouTube Crash Course nennen oder wie deine Webseite heißt, dann Farben dir raussuchen, ja, die du haben möchtest und diese abspeichern. Ja, das heißt, ich kreiere den jetzt zum Beispiel, sage YouTube Crash Course, sage dann diese Farbe, die ich abspeichern möchte, sei es per Hex, AGB, HSL oder auch RAW. Wir machen das jetzt mit Hex und sage dann auch hier, wir adden zum Beispiel dieses Blau, dann kann ich noch eine andere Farbe nehmen, zum Beispiel ein Rot, sage auch hier, save mir auch diese Farbe, stelle auch die nächste Farbe ein, save mir auch die und dann habe ich diese Color-Palette. Ja, das heißt, ich kann mir auch Color-Paletten erstellen und kann diese dann hier abrufen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel von Color-Media die Color-Palette nehme, würde ich das hier einstellen als Primärfarbe und kann diese Primärfarbe dann auch ändern. Ja, beziehungsweise auch die Sekundärfarbe. Ist jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen viel zu verstehen, aber an sich ist das System richtig klug, denn du triffst sozusagen alle Einstellungen und kannst es auch für jedes Element machen. Das heißt, wie soll ein Button aussehen? Wie soll ein Karussell aussehen? Du kannst für ein Theme alles einstellen und wenn du dieses Element dann in deine Webseite, hier in die Struktur ziehst, ist das schon vordefiniert in diesen Theme-Einstellungen. Gut, das war auch schon die Zusammenfassung der Theme-Einstellungen. Wichtiger ist jetzt, dass wir uns nochmal kurz anschauen, vor allem wenn du von anderen Page-Bildern kommst, wie denn überhaupt dieses Thema Sektion, Container und wir haben ja auch noch andere Elemente, nämlich Sektion. Dann haben wir Container, Block und auch Div. Ja, das heißt, diese vier haben wir und dazu schauen wir uns aber noch kurz den Guide von Bricks-Bilder an, weil das ist elementar, dass wir das verstehen. Denn wenn wir uns das jetzt anschauen, sehen wir, wie das aufgebaut ist. Wichtig ist hier, dass wir die Sektion haben, die sozusagen von links nach rechts gehen. Danach haben wir immer den Container, der hier in blau gehalten ist. Den haben wir vorher auf 1366 gestellt, ist von Standard aus 1100 gestellt und wir haben einen Block, ja, der sozusagen eine Art Column ist oder eine Card ist, der ist immer auf Flex gestellt und wir haben ein Div, was im Endeffekt komplett ungestylt ist. Ja, das hat gar keine Dinge mit drinnen, die sozusagen als Styling mitgegeben wird. Damit du das auch mal weißt, grundsätzlich besteht das Web aus Blöcken, das heißt, der versteht nicht, dass ein Container ein Container ist oder auch ein Block zum Beispiel irgendwie mit Flex eingestellt ist, sondern wir geben denen immer die Stylings. In diesem Fall oder bei den meisten Page-Bildern wird das vordefiniert. Das heißt, eine Sektion, die gibt es zwar in HTML5, aber eine Sektion ist zum Beispiel als Struktur gedacht, damit man eben von Sektion zu Sektion denkt. Wir werden uns nachher gleich anschauen, wie du das am besten dann angehst und in einer Sektion gibt es dann immer einen Container, der dann eben auf eine gewisse Breite eingestellt ist und in dieser Breite bleiben wir dann auch beziehungsweise designen wir. Manchmal sagen wir, wir gehen full width, das können wir auch dem Container nochmal im Speziellen sagen, aber der meiste Part oder die meisten Inhalte werden auf dem Container bleiben. Das ergibt sich aber dann mit der Zeit auch für dich und wie gesagt, einfach nur nochmal draufschauen, nochmal verinnerlichen und dann auch in der Struktur nutzen, weil wie gesagt, das ist die Struktur, die auch zum Beispiel Webflow verwendet oder andere Tools, die sehr nah am Development liegen. Um diese Struktur nochmal zu verstehen, habe ich uns jetzt das vorbereitet. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Sektion, das ist das Blaue, das von links nach rechts geht. Ich habe einen Block, der jetzt aber in dem Fall, wenn ich in dem Layout drinnen bin, eine Breite hat von eben 100%. Wenn ich dem jetzt 50% geben würde, würde der sich sozusagen im Container als grün sozusagen einordnen. Das heißt, unser Container ist grün. Dann haben wir noch am Ende des Tages ein Diff. Das ist jetzt vielleicht etwas blöd getroffen. Ich gebe dem jetzt die Farbe orange. Das heißt, unser Diff ist eben orange. Unser Block ist jetzt auf 50% eingestellt, der sich sozusagen vom Container nimmt. Wenn ich den Block jetzt rein theoretisch hier nach oben setze, über alles drüber, sehen wir auch, der Block nimmt jetzt 50% wiederum von der kompletten Breite. Und wenn ich ihm jetzt wieder sage, das Layout, wenn ich dem Block jetzt hier zum Beispiel sage, ich lösche ihn raus, würde sich auch die komplette Breite eben wieder nehmen. Und ich hätte auch wieder dieses Verständnis, dass wir ja immer die Vererbungen haben von etwas Großen. Was diese Vererbungen heißt oder was ich damit meine, ist, dass ein Diff sich an einen Block ranhält und der Block wiederum an den Container und der Container an die Section. Das heißt, wenn wir diese so staffeln, also sprich in diese einzelnen Sektionen, hält sich das unterste Element, das heißt das Kind-Element, so kann man es sich am besten immer merken, an das Eltern-Element. Das heißt, das Diff-Element hat das Eltern-Element, den Block, das Block den Container und der Container den Dissection. Es sei denn, wir definieren das anders. Du kannst es in Einstellungen zwar anders definieren, ist aber meistens klüger, wenn man das einfach so belässt, denn die Struktur ist verständlich. So kann man nämlich dann sehr komplexe Systeme bauen oder eben auch komplexere Themen machen, die man sich dann vielleicht vorstellt, weil man eben diese Verschachtelungen machen kann und eben auch jetzt im Bricks-Build im Besonderen sehr, sehr, sehr frei arbeiten kann. So, nun wissen wir, wie wir das Ganze aufbauen, beziehungsweise wie wir etwas aufbauen könnten. Jetzt können wir uns nochmal anschauen, wie denn das Ganze funktioniert. Wir können immer einen Rechtsklick auf die Themen machen, beziehungsweise auch deleten, beziehungsweise das Schöne daran, es gibt noch ein paar Tricks, aber ich gehe, wie gesagt, heute im Crashkurs nicht auf alles ein. Wenn ich jetzt eben eine Sektion hinzufüge und dann auch eine Heading hinzufüge, können wir mal so ein bisschen testen, wie wir denn mit dem Ganzen umgehen. Das Coole ist nämlich jetzt, oder was ich dir jetzt noch mitgeben möchte, dass ich zum Beispiel als Heading einmal eine Klasse, beziehungsweise eine CSS-Klasse definiere. Wir können nämlich, wenn wir hier links oben auf Global Class Manager gehen, sogenannte Klassen aktivieren. Wir haben jetzt sogar schon vier Klassen drinnen, die sind wahrscheinlich irgendwo vom Herumtesten bei mir entstanden. Wichtiger ist, wir können auch einen neuen Kategorienamen erstellen, zum Beispiel Überschriften. Und diese Kategorie, da könnte ich dann auch Klassen hinzufügen, beziehungsweise reingeben und diese Klassen auch nach woanders hin transferieren. Dazu werden wir aber gleich noch mal mehr, werde ich noch mehr sagen. Ich gebe dem Container mal eine Größe von 100 und werde auch uns mal das Ganze in die Mitte legen, damit wir das besser sehen. Denn ich kann jetzt hier einmal diese duplizieren und wir können uns mal anschauen, wie das Ganze nämlich funktioniert. Ich nehme jetzt eine Heading, das was wir früher kennen von klassischen Page Buildern und könnte jetzt zum Beispiel sagen, die ist bitte ein bisschen größer, das heißt, die ist zum Beispiel, die ist 100 Pixel, plus sie hat auch die Font Color in Blau und ich könnte vielleicht auch noch irgendwas anderes machen, das heißt, eine Underline. Das heißt, das wäre zum Beispiel eine Underline etc. Jetzt hat die aber keine Klasse, das heißt, ich müsste jetzt den Stil hier kopieren und auch wieder auf die andere zugehen und so kommt dann irgendwann ein totales Chaos zusammen. Wie man das im professionellen Web Development macht, ist das eben mit Klassen. Das heißt, ich kann hier oben eine Klasse hinzufügen und kann das zum Beispiel nennen Heading Blue Underline, damit wir das einfach nur mal verstehen und die auch wieder uns hinterlegen. Wenn ich die jetzt hinterlegt habe, kann ich die auch hier auswählen und dann eben hier auch sagen, was hat das für Größen. Wichtig ist, dass wir hier links oben das immer entweder ausgewählt haben oder auch nicht. Das heißt, ich gebe jetzt dieser Klasse Heading Blue Underline diese Font Size mit, das heißt 150, die Klasse Blau und habe das dann eben auch dort hinterlegt. Weil, wenn ich das jetzt löschen würde und in der Typografie hier unsere Einstellungen löschen würde, wäre ich ja wieder auf dem alten Punkt zurück. Was ich jetzt aber gemacht habe, ist ja die CSS-Klasse erstellt zu haben und wenn ich die jetzt hinterlege, funktioniert das auch wieder schon. Das Einzige, was ich jetzt vergessen habe, ist, ich habe keine Underline dazugegeben, aber jetzt haben die eine Underline. Jetzt haben aber die anderen Headings keine Underline und das kann ich aber relativ schnell machen, indem ich einfach sage, ich möchte die alle im gleichen Stil haben, ich soll bitte alle die Heading Underline haben und ich kann hier einfach überall draufklicken und den Klassennamen auswählen und ich habe dann überall die gleichen Klassen. Und so kann man das relativ weit trimmern. Das heißt, du kannst das auf Container-Ebene machen, auf Section-Ebene, auf Text-Size, das heißt, du kannst Text-Size Medium, Text-Size Big machen. Dazu werden auch noch viele Videos von mir kommen, weil das wirklich eine Leidenschaft von mir ist, wo man mit Frameworks arbeitet, wie man so ein Design-System auch mit Bricks-Bilder dann nutzen kann. Aber das ist das Coole. Und jetzt kommt es dazu, dass wir auch nochmal zusätzlich Combo-Klassen nutzen können, was das Genialste eben ist, was bei Webflow zum Beispiel möglich ist, aber bei WordPress nicht immer möglich ist, aber beim Bricks-Bilder ist es möglich. Das heißt, was ist so eine Combo-Klasse? Ich könnte jetzt das nochmal hier wegnehmen und sage zum Beispiel, ich kann es am besten erklären, ist rot, ist diese Combo-Klasse. Und ist rot, hat immer die Combo-Klasse rot. Und jetzt ist das Spannende, ich kann jetzt, habe jetzt sozusagen ja beide Klassen und kann aber die in Kombination trimmen. Das heißt, ich kann jetzt auch zum Beispiel noch eine andere Heading erstellen, Duplicate, kann da mal unsere Sachen rauslöschen und hätte jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, okay, die ist zum Beispiel rot. Und die rote Klasse heißt eigentlich nur, okay, du hast die Farbe rot. Das heißt, aber ich kann aber auch Combo-Klassen nehmen eben, weil ich dann auch sagen kann, hey, du bist jetzt dann aber trotzdem eine Heading Blue und ist sozusagen trotzdem an sich rot und in Kombination drinnen. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel Klassen machen, die groß sind und auch auf anderen Ebenen hingehen und auch diese Klassen dann in Kombination nutzen, was das Ganze so mächtig macht und womit ich relativ schnell arbeiten kann, weil ich dann eben nicht mehr mir überlegen muss, was habe ich denn jetzt auf den anderen Seiten getestet, sondern du machst das dann eben global mit dem Klassenmanager, wo du diese Dinge drinnen hast. Jetzt haben wir ja diese Heading gehabt und die kann ich dann auch, wenn ich hier draufklicke, in Categorize gehen und die Kategorie auswählen und das dann in Überschriften drinnen haben. So weiß ich es nämlich dann noch irgendwann, ah, okay, das ist die Heading Blue, habe ich irgendwann ausgewählt und die Preview, wie das Ganze ausschaut. Ich kann das Ganze eben dann auch locken, was nochmal viel spannender ist, erkläre ich dann gleich, wo das wichtig ist. Ich kann das auch renamen, habe dann aber hier den Klassenmanager und könnte dann auch hier nochmal das löschen beziehungsweise anders ausschauen. Was nämlich das Coole hier in diesem CSS-Klassenmanager ist, ihr könnt das nämlich auch importieren oder auch exportieren. Genau, das ist jetzt der Klassenmanager und wie gesagt, ein extrem wichtiger Aspekt des Bricks Builders, denn mit dem kann man irrsinnig viel umsetzen. Jetzt können wir mal anfangen, eben eine Sektion zu bauen. Wie gesagt, wenn wir auf diesem Container sind, könnte ich das jetzt hier auch nochmal alles rauslöschen mit Rechtsklick und Delete und lösche das da hier einmal hinaus. Womit man jetzt nicht beginnen kann, ist, dass man auch hier in dem Container zum Beispiel sagt, ich möchte hier links unten eine Struktur haben, zum Beispiel von zwei. Das heißt, ich mache jetzt eine 50-50-Aufteilung und dann kann ich anfangen, eben das reinzugeben, was ich möchte. Das heißt, ich gebe jetzt links zum Beispiel eine Heading hinzu. Hier müssen wir nur immer vorsichtig sein, dass das auch im Column drinnen ist. Das heißt, dass das hier auch verschachtelt ist. Das war jetzt gerade nicht verschachtelt. Dann gehen wir noch auf die Elemente, geben hier zum Beispiel auch nochmal einen Basic-Text rein und auch einen Button. Dann kann ich das hier auch nochmal so sortieren, wie ich das möchte. Und dann geben wir klassisch rechts auch vielleicht nochmal ein Bild hinein, weil das so etwas ist, was wir eben oft haben. Hier kann ich euch vielleicht auch nochmal kurz zeigen einen Trick. Am besten ist es eben, dass man das auswählt, wo das Element rein soll. Das heißt, man wählt rechts zum Beispiel jetzt diese rechte Column aus, geht dann hier aufs Plus und geht dann hier auf Image. Damit legt sich der das gleich drunter. Das war jetzt ein Schnelligkeitsfehler von mir, dass ich da einfach das reinziehe. Und dann habe ich das dort auch gleich drinnen. Wie gesagt, wir können dann im Columns eben auch Stile geben. Wie gesagt, nicht vergessen. Zum Beispiel Hero Card Padding oder Card Padding. Das heißt, ich kann mir hier gleich eine Klasse erstellen und werde jetzt hier einmal ein Padding einstellen beziehungsweise auch generell im Layout ein Padding definieren, was mir vielleicht wichtig ist. Das heißt, oben 50, unten 50, links 50 und rechts 50. Dann können wir nämlich noch ein Bild hier rechts auswählen. Ich schaue jetzt mal kurz, ob ich eins online habe. Ja, habe ich. Dann habe ich dieses Bild hier drinnen und dann kann ich in die Column hier gehen und hier auch nochmal kurz sagen, Padding. Das heißt, ich gebe hier auch nochmal das Card Padding rein, habe hier dann das gleiche Padding drinnen und so kann ich jetzt anfangen, das dann zu bauen. Wie gesagt, es gibt noch viel mächtigere Möglichkeiten damit heute, wie gesagt Crashkurs, deswegen jetzt nur kurz gehalten. Wir speichern nun das Ganze ab, denn es gibt jetzt noch eine wichtigere Sache, nämlich wir brauchen ja natürlich einen Header, Footer etc. Das heißt, wie arbeite ich mit Templates zusammen und auf das gehen wir jetzt nochmal ein. Dazu gehe ich in mein Dashboard, ich sage jetzt hier einfach Edit with WordPress, gehe hier links oben auf WordPress, klicke hier auf Bricks, dann auf Templates und hier finde ich meine Templates. Ich kann hier einerseits Templates importieren, in unserem Fall müsste ich jetzt hier Add New machen, gebe hier jetzt ein Header, weil unser Header ist das wichtig oder wir brauchen den Header, kann hier auch Tags hinterlegen beziehungsweise auch ein Bundle hinzufügen oder auch ein Featured Image, brauchen wir alles nicht. Wichtig ist wirklich, dass wir hier unter Template Typ das auswählen, was wir brauchen. Das heißt, das ist ein Header und der muss auch ein Header oder als Template Typ von Header definiert sein. Ich publische das Ganze jetzt und sage jetzt Edit with Bricks. Jetzt kann ich, um den Crash Course kurz zu halten, ein Template nutzen und kann hier jetzt mir einen, gebe ich mal kurz einen Header, nutze jetzt hier einen Header, zum Beispiel Rank Header, ich gebe den jetzt mal rein, importiere eben keinen Theme-Stil und keine Palette, wie gesagt, haben wir vorher schon gelernt, warum. Und müsste jetzt hier noch Nav Items ausgeben, aber gehe jetzt einmal hier auf Speichern. Wichtig ist eben, wie gesagt, in den Einstellungen, dass die Template Settings und die Conditions hier drinnen sind, dass man hier auch sagt, okay, es soll auf der ganzen Webseite sein, sollte es nicht funktionieren, aber der Header an sich funktioniert, so oder so. Jetzt gehe ich auf Speichern und wir können jetzt nun, wenn wir hier auf den Preview-Modus gehen und dann hier im Frontend uns das anschauen und hier nochmal auf das Ganze draufklicken, sollten wir auf unsere Startseite kommen und jetzt sehe ich hier, der Header wurde angenommen und eben, wie gesagt, auch die Dinge, die wir auf der Startseite aufgebaut haben, sind eben auch hier. Das gleiche kann ich jetzt nochmal machen, indem ich eben ins Dashboard gehe, in meine Templates gehe, unter Bricks Templates, hier gehe ich dann mal auf Add New, sage, ich möchte einen Futter haben, nenne das Ganze zum Beispiel Futter und gehe auf Publish. Danach gehe ich auf Edit with Bricks und kann hier auch schon einen Fußbereich erstellen. Hier können wir auch schauen, ob es zum Beispiel einen Futter gibt, wahrscheinlich schon. Ich nehme jetzt hier diesen Rank-Futter, weil das einfach gut dazu passt. Auch hier wieder, nein, ich möchte es nicht importieren, nein, ich würde es nicht importieren und habe jetzt hier meinen Futter drinnen. Speichere das Ganze ab, auch hier, wie gesagt, kann ich das dann nochmal testen. Sage auch hier im Frontend, bitte, ich schaue mir das jetzt gerne nochmal an. Und jetzt sehe ich, haben wir einen Kopfbereich, also auch einen, die Startseite, also auch einen Fußbereich. Und so funktionieren die Templates. Wichtig bei den Templates ist, wie gesagt, dass die auch definiert sind als diese. Ansonsten versteht das System auch ohne Konditionen, wo die drinnen sind, aber ihr könntet eben auch zwei Headers nehmen. Deswegen sind die Konditionen dann wichtig, dass wir sagen, es gibt einen, der überall ist oder einen, der eben nur auf der Unterseite ist. Deswegen gibt es noch extra Konditionen, die wir da auch auswählen können. Ja, ich hoffe, dir hat der Bricks Builder Crashkurs gefallen. Wenn du dazu Fragen hast, lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was dich zu den Bildern vielleicht nochmal interessieren würde. Denn ich möchte dir in der nächsten Zeit auch nochmal zeigen, welche Frameworks ich verwende, beziehungsweise was ich in der Zukunft mit Bricks Builder noch alles vorhabe. Und werde dir dann vielleicht auch das ein oder andere Add-on zeigen, was ich dazu gekauft habe. Es gibt nämlich sehr coole Add-ons oder auch Frameworks, die es möglich machen, eben fluides Design sehr einfach umzusetzen. Nämlich, dass die Typografie sich, egal wie jemand etwas eingestellt hat oder wie groß der Bildschirm von jemandem ist, immer mitgeht. Nicht klassisch responsive Design, wo wir in verschiedenen Breakpoints Pixel Angaben machen, sondern wirklich mit RAM oder EM Einheiten arbeiten. Und darüber möchte ich in der Zukunft auch noch ein paar Tutorials machen, weil aus meiner Sicht das wertvoll ist und in der Zukunft mit der Barrierefreiheit etc. ganz, ganz, ganz wichtig ist. Wenn du eben Fragen hast, Anregungen oder eben mit dem Bricks Builder auch schon arbeitest und sagst, hey, ich finde das richtig cool, ich möchte auch etwas haben, lass mich dann gerne unten einfach in den Kommentaren wissen, was dich interessieren würde, welche Dinge du sehen möchtest. Ich habe da echt vor, so nochmal vielleicht das ein oder andere im Detail auch nochmal zu machen, weil das wirklich so ein bisschen fortgeschritten schon ist mit dem Bricks Builder. Der Crashkurs ist einmal dafür da, dass derjenige, der das vielleicht noch nicht kennt, einfach kennenlernt. Ich freue mich natürlich auch, wenn du den Kanal einfach abonnierst und die Glocke aktivierst, dann kriegst du nämlich jederzeit weitere Videos, sobald ich diese hochlade. Und ich wünsche dir jetzt nochmal viel Spaß beim Arbeiten mit dem Bricks Builder oder beim Ausprobieren mit Bricks Builder und wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video. Bis bald! Bis bald! Bis bald!